Moin meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Heute seht ihr, wie ich zum ersten Mal Splatoon zocke. Wir spielen hier Splatoon 2, aber ich hab noch nie Splatoon irgendwie wo was gespielt. Und das haben wir im Stream gemacht, richtig geil. Und die Laune war richtig geil. Der Chat tobt sich gerade hier nochmal aus mit Hashtag Boots. Ja Leute, wenn euch das Video gefällt und ihr mehr von Splatoon 2 haben wollt, gebt einen Daumen nach oben und genießt das Video. So Leute, was jetzt passiert hier. Splatoon 2. Ich hab's heute mal just for fun, weil ich bin ja Nintendo Fan und mir ist aufgefallen, ich vernachlässige Nintendo und deswegen ziehe ich mir Splatoon 2 heute mal rein. Heute zum ersten Mal gespielt, ca. 20 Minuten vor dem Livestream. Ich muss sagen, hat mir gefallen. Splatoon ist ein bisschen Ego-Shooter und ein bisschen, ja wie sagt man, Wettbewerb in Farbe verteilen. Hier, ich kann Standardkampf machen mit Freunden, äh, privater Kampf und online. Und du kannst hier richtig Liga und so ne Scheiße, aber erst ab Stufe 10, aber ich bin ja grad mal Stufe 4, weil ich's heute angefangen hab. So, ich bin da, guck mal, ich bin die Glatze, Digga. Habt ihr gesehen? So, pass auf, wie war das nochmal? Ja, alles vollklecksen. Hier kannst du so, und in die Farbe. Also das ist ganz einfach. Die Mannschaft, die die meisten Farbe verteilt, ähm, gewinnt. Und du kannst auch ein bisschen aimen, die Gegner weg snacken und so. Ich hab auch Granaten, guck mal, auf Krampf, pass auf, kann ich hier voll machen. Ah, ich hab grad nicht genug Farbe, dann pass auf, dann muss ich so machen. Dann hab ich hier mal eine Nate. Bumm. Ah, loid, fail. Aber hier, das Gitter ist okay. Ah, ich wurde grad getötet von dem hier. Pass auf, geht gleich weiter. Also. Ja. Kann ich schon mal da hin diesen? Ich krieg gleich mal den Nate einfach drauf. Ja, hab ich ihn gekillt, geil. Oh, da ist schon der nächste, Digga. Wie gesagt, heute zum ersten Mal, ist aber ganz geil, mir gefällt das. Ich gleich mal seine Farbe wegmachen. Bumm. Habt ihr gesehen? Nate, gleich Farbe bedecken. Bisschen tauchen, damit ich Farbe wieder am Start hab. Schau mal die Nate dahin, pflanzen da hinten. Ich hab sogar überlegt, ob ich's durchspiel. Guck mal, guck. Geil. Was ist das für ein Pfeil hier? Ah. Oh. Ja. Geil. Da kenn ich nix. Da mit seiner Malerrolle da. Ich war ja selbst normaler, ne? Ah. Ich hab nix mehr. Ah, ist an mir vorbei. Einfach so. Power. Ah. Ah. Scheiße, Digga. Geil. Das war Zeit mit dem Roller, ja, ja. Aber ich glaube, das sieht ganz gut für uns aus. Oh, hier ein bisschen verteilen. Oh, ne. Doch nicht gut, Digga. Ich nehm das alles zurück. Ah, die sind gut am Start, Digga. Hab das Gefühl, wir sind hier die Einzelnen. Ah, Digga. Ne, das wär nix. Alles. Alles lila pink. Ne. Das wär nix. Oh, ich werd grad gebombard hier, Alter. Ah, ne. Wir haben gar keine... Wo sind denn unsere Spieler? Guck mal. Vier sind von den anderen auf dem Feld. Oh, das ist wieder so ein Vorführeffekt, ne? Die ganze Zeit eben alleine off-stream gespielt, Digga. Jetzt passiert gar nix. Ey, was war denn da denn los? Oh, er hat mich überrollt. Ja, die sind einfach irgendwie viel besser, das Gefühl. Ne, wir haben keine Chance, Digga. Ey, wir sterben und sterben hier. Ne, Digga. Kann's gleich rausgehen. Ich seh nix grün mehr hier. Ne, wir haben total verloren. Jetzt pass auf. Guck dir das mal an. Digga, die haben alles übernommen. Guck mal, ich bin sogar Zweiter in meinem Team. Ich bin der Unerfahrenste. Ich bin Stufe 4. Seht ihr das? Krass. Was ist los bei den Leuten? Jungs, ich brauch gute Mates. Leute, ich brauch gute Mates. So, auf geht's jetzt. Oh, von dir. Oh, Tacke. Du musst auch immer in Farbe tauchen, wenn du eine Farbe am Start hast. Ja, guck mal, ganz profimäßig der Uwe hier. Das ist ein Tauchen. Hause, cool, geht's mir, ey. Oh. Ja, sauber. Ne, ist hinten da. Ah, ich hab nix mehr, warte. So. So. Bisschen springen, hab ich das Gefühl, das verteilt sich. Oh, ne Nade auf Kampf. Ja. Ne Nade, Digga. Allein schon Nade. Aber ist ja ne Nade. Was willst du sagen? Hallo? Ja, weiter. Ja, er mit seiner Rolle. Marder und Akira am Start hier. Oh. Ja, schön weggewichst hab ich ihn. Digga, die sind ja gar nicht vorhanden. Wo sind die Leute hier? Ja, da kenn ich nicht. Das muss hier zu mir gehören. So. Pass auf, Jungs. Wo sind die Gegner? Die haben keine Lust mehr. Ah, da oben. Oh, er hat ne Mine. Aua. Oh, habt ihr's? Oh, ja. Er bombardiert alles voll. Aber ich hab doch auch meinen Super Splash. Pass auf, was ich jetzt hab. Eine Minute noch. Da oben kröchtet er rum. Ja, weggewichst hab ich ihn. Ba-bam. Da kenn ich nichts, Digga. Mein nicht vorhanden ist Call of Duty. E-Mail ist am Start. Hier haben wir eine Nase. Bam. Baff! Ja! Geil! Ah! Aua. Aua. Oh. Oh, er fickt mich jetzt. Komm, Nate! Ja, Aua. Ah! Aua, Aua. Gelb. Aua. Ich hab keine Chance. Aua, Aua. Die wichsen mich voll. Aua. Schade. Äh, dieses Gerät musst du reinschwimmen. Ah, okay. Danke für deinen Tipp, Digga. Oh, ich hopp. Ah, das sieht schon ein bisschen gelb aus. Warte, warte. Oh. Ich sag, wir haben gewonnen. Bam! Man kennt ihn, Digga. Geil. Geil, geil. Richtig geil. Ich will ein Team machen, Leute. Meine Subscriber, wir müssen hier Gast geben. Oh, ich bin der Letzte. Haha, aber egal. Aber komm. 1400, 1500. Und 600 geht. Ja, man kennt ihn, Digga. Alltagsstrap wird auch bald gewechselt. Weißes Sternbad. Da kommt was ganz anderes hin. Da kommt die pure Glatze hin, Digga. So, wo sind jetzt die, Digga? Ich will jetzt aber auch mal killen hier, ne? Wenn man schon die Sniper hat. Ah, da hinten, warte mal. Aber die Reichweite ist doch nicht so weit, oder? Warte mal. Nee. Glaube ich nicht, oder? Nee. Da muss ich schon wieder ran. Oder hat er ihn hier zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt hier... Der scheiß Schirm... Ohohohoho! Digga, was war das? Haha. Der arme Sven, Digga. Los, Jungs. Färbt alles ein. Geil. Ja, Leute. Ich kann nur killen für euch. Gib Gas. Was ist das hier? Bam. Gib Gas, Digga. Los, färbt alles ein. Ich mache die Kills, Jungs. Da hinten ist einer. Warte mal, da kommt jetzt was auf. Ah, warte. Ah, veräumt. Er ist gerne mal so leicht, Digga. Digga, man mag lachen, ne? Aber ich mache gerade hier auf Sniper auf den Switch, Digga. Ah, weg ist er. Er macht auch auf Sniper. Pass auf. Nee. Ja, ey. Ja, komm, schau mal, bis wir... Ah. Ah. Schade. Der Kill war anders. Oh, der war richtig anders. Wir müssen aber jetzt Gas geben. Wenn ich hier die Snipe-Kills mache, komme ich hier so runter auf Krampf. Und! Oh. Ja, ey! Haha! Scheiße! Ich muss hier den Weg freimachen. Dann kommen wir gar nicht durch. Ich muss hier einfach runter, Digga. Mach auf den Killer jetzt. Pass auf. Komm schon, wo ist noch ein Gegner? Digga! Geil! War richtig geile Kills mit bei, Digga. Richtig geile Kills. Boom! Geil! Macht gute Laune. Ja, macht das auch, Digga. Aber im Team wäre geil. Wir brauchen ein paar Nintendo-Junkies. Die Mucke. Erinnert mich, bist du ja Tony Hawk. Ich weiß nicht warum. What? Kill ihn! Zwei! Double! Ja! Double Kill, Digga! Ja! Mit der, schön mit der Ulti vorgeaimt, Digga. Da kenne ich nichts. Ich glaube, einer will mir hier schlecht die Laune machen. Oh. Komm! Ja! 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 Gerade da! Aua! Movement! Oh! Meine Nase juckt. Puh! Man, eine Nade werft mir auf Krampf. Geil, der Movement, wenn du... Ah, geil! Der Movement, geiles Deutsch. Ich bin aufgeregt. Hab Bock. An der Nase juckt mich, dass ich stehe. Pass auf! Ulti! Ja! Er hier! Er muss aufs Maul kriegen! Komm her, mein Sohn! Ja! I like that! Das ist mein Revier hier! Meine Hood! Bro, how's it going? Eine Minute noch. Jungs, ihr müsst Gas geben! Movement, movement. Wie komm ich da rauf? Dann will ich wegsnipern. Oh, ich hab ihn! Fast! Weg! Movement, ja! Und ihn jetzt! Ja! Come on! Yay! Yay! Pass auf! Ja, ich bin der Killer in dem Game! Gar kein Problem! Jungs, holt euch die Scheiße hier! Kann man da eine Faxe? Ja, schönes Ding! Ja! 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 Geil! Digga! Bam, bam! Bam, bam! Nice! Boah, zwei da sogar! Pschuh! Ja, meine lieben Bootser, das war Splatoon 2! Wenn ihr mehr davon haben wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen! Ihr kennt das Spiel und wir sehen uns zum nächsten Video! Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und im Livestream hier auch! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!